Jo, vor mir Und dahinten sind noch mehr Ich bin sorry Scheiße Ich hätte den Kippen gebeten, wenn er da fegt Wo gehen meine Schüsse hin? Versteh, ne? Da schießt du nur den Silencer Der hat den Grouch noch nicht geschossen Ja, der hat den Silencer, aber irgendwo hinten im Balken hab ich noch den Schießen Darnbill Aber das hätte ich jetzt auch mit der Lebelle machen können Was war der letzte? Na, es gibt noch den Silencer, oder? Ja, der hat den Silencer gehabt, auf jeden Fall Ja, so Ich hatte noch einen Lautenschuss im Balkert gefühlt, aber Das war schade Statt sein Team ist zu reviven, geht er lieber mal schauen, wo man sich lösen kann Okay, ne? Ist das ein Dorf? Ja, ja Meinst du den Dorf? Da schießt nur den Arm Ja, der hat den Hunger Ich sag das dabei noch nicht über den Wald einer Das ist ja nicht Es gibt da noch einen zweiten Silencer vorher Aber der, den ihr kidnappedst, hat definitiv auch eine Silencer gehabt Sofern, dass die aber nicht gefeiert sind Sofern, dass die aber nicht gefeiert sind Das war ab, oder? Da ist er Der Dorf? Das war der gerätzte Ich geb aber noch einen Der, der rechts ist er Wo oder what? Der ist wieder gerätzt worden Der ist wieder gerätzt worden Der ist wieder gerätzt worden Der liegt ein Tor Der legt da hinten weg Der ist wieder gerätzt worden 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 Ich hab halt die ganze Zeit auf den Hut geaimt, gewartet, dass der gerätzt wird. Das ist eine Rolle, die hat normalerweise. Ja, sofort. IC-Gun. Headshot. Oh, ich weiß nicht. Ja, genau. Oh, Kau. Ich fahre ich für sowas treffend. Mir geht wieder den Hultstabler auf die Leiter. Ja. Ich überlebte das. Ein Hit. Er ist auch gesprungen. Ich hab einen mit dem Poison-Cross vor. Da ist einer. Da. Da ist rein nach rechts. Ja, ich weiß. Irgendwann muss ich mich protecten. Ich kann mich nicht healen und ich kann nicht fighten. Der hat einen mit dem Poison-Cross vor. Der hat einen mit dem Poison-Cross vor. Einmal erwischt. Ich hab ihn. Das fäng ich mir auch gerade. Oh mein Gott. Ich hätte einen Schuss getroffen, Alex. Dann hättest du das mal sehen müssen, wie ich die ganze Zeit um... Ich hab eine Winfield, Alex. Ich war dabei. Das wäre mega. Ist der Boss nicht auf unserer Höhe? Ich hab ihn mit. Ich hab ihn mit. Der hat mir eine AF-Pump-Zug auf den I immer Du haben beide, der eine ist bei der Stiege unten Der eine liegt bei der Stiege unten Was ist ein Byte-Rip? Ah bei der Stiege meinst du? Du fack, jetzt hast du nur für Bier zum Bier gelaufen Du meinst für unsere Stiege, ich hab vergessen, dass die unsere Stiege auch nicht ist Sorry Fack, das ist sogar ein Wort Nee, nein Ja, Bier ist aber auch schon wieder einer ungeschossen worden Aber auf jeden Fall, aus dem Team sind zwei der Also die, den Aris angreift, sind ein anderes Team Weil der war definitiv auf dem Haufen mit dem den ich gehillt hab und den du gehillt hast Ich glaub du kannst den Robert retzen Ja, das wird ein bisschen mehr kommen mit dem Dex Jetzt, hast du mit den Anzug? Ja Der ist dahinten Philipp Ja, das wird Ich bin amokiert und Lur Ich hab kein Lied mehr auch gekriegt Ey, die Wetterli, Wetterli-Hipfeuer sind echt gut Ja Er retzt Wie komm ich da hin? Ah, zwischen den Steinen da Ich hab sie gesehen Der ist neben mir Wo? Das muss ein anderes Team sein Ja, da hat der Sie gerätzt Aber ich hab sie wieder dauernd Neben dir Aris, direkt neben dir Ja Dieser kleine Felsenspitze daneben dir Da wären sie direkt daneben gestanden Aber jetzt ist das andere Team hat mich jetzt gesehen Fark's Night Arrived Sechs mit Wie ich... oh mein Gott, drei Hits Ist es drei? Ja Er hat drei Hits gebraucht Es trennt einer bei mir Ja D3 sind jetzt gescribete, oder? Ja Ein Team ist dead Aber das andere ist halt alive Die haben mindestens eine Spark-Sniper Die haben mindestens eine Spark-Sniper Ah, wir sind da Stacheldrahtfalle eingegrennt Ich bin unten ein paar verteilt, ja Aber sie sind wirklich eingegrennt gerade Weil ich in der Rohradfahrt bin geworden Das Problem ist, da ist der Bobby abgeschossen worden Ich glaub einer hat da, der sofort noch ein bisschen Was hat der für eine zweite Waffe gehabt? Ähhh Oh das Ja, da ist gerade wer Der hat nicht geholfen Der hat nicht geholfen Der hat einen Park-Sniper Ah ja Fuck, das war ein Arzner wenn der den nehmt Kann ich durchschießen? Jetzt ein Stück weiter nach hinten Bobby, kannst du schon durch das dünne Ding durchschießen oder? Der war der Mann Das Gitter online Der ist da, der dünne Wand da Ja, wenn du da lange Mission hast, kannst du bloß Metall schießen Ja, bei LeBelle, ja Allerdings nicht durch Metallgitter Das ist ganz wichtig Aber andererseits wäre ein einwetterlich Schuss draufgegeben Die Frage ist, ist der Priester online? Unten ist der Priester Ah ja Ja, genau da an der Ecke Ah, der ist gerade wieder raufgelaufen, glaube ich Was hat der jetzt auch mal angeschlagen? Der ist oben Nicht Nice Ja, nein Wie die da oben sind Kann ja sein, es könnte sein Ah, das waren auch alle von dem Team Jaja Ich glaube, einer von dem Team war schon da Pass auf, pass auf, es sind zwei Ja, es sind zwei, aber einer hat Schnausen verstanden Das könnte der letzte von dem Team gewesen sein Wo ist er? Die, die, die wir gekippt haben Von denen, also die haben ja da einen Ah, er ist gestorben Oder einer, äh Wo? Kannst du dich noch zugreifen? Ja, ich kann über da auch Ja Wir müssen jetzt vielleicht einen Banished kriegen Ich hau irgendwas in dem Team Direkt hinter dir Ah, ah Dahneben Ja, hinter der Diwali noch einer Der hat nur Der Banished wäre so sick gewesen Nur vier Schuss, Jungs Ja, es wird echt, dass der Dall spinnen, der Wahnsinnige Ja, es wird echt, dass der Dall spinnen, der Wahnsinnige Ja, es wird echt, dass der Dall spinnen, der Wahnsinnige Dall zwei ist noch den letzten Nein, wer hat er so nicht Neben ihm war ein rechtes Knochen, also, wenn du sie gesehen Das war's Ja, ja Links Links Die renzen halt wahrscheinlich Wo ist er eigentlich? Messer, hintere Tür Zündet für uns an Er hat es leider zugemacht Schau doch, Messer hat vorhin gesehen Lord, er ist offen Ja, er ist gewetzt Er schaffst du Sneak zu uns, bevor du uns ansonsten Wenn ich anzulüte, ist er wahrscheinlich der Messer Definitiv ein Messer Er hat looted Ah Oh Also der letzte Schuss hat irgendwie klungen, als wäre er von der Straße hin gekommen Aber weiter nur am Westen Oh Oh Haus dürften eigentlich nicht sein, aber da habe ich keinen gesehen Da unten ziemlich, oder? Da unten ist der Headshot Das war nicht der, wenn er mich hier hat Das ist nur einer. Der ist weg. Headshot. Der Rätst. Der Rätst. Down. Was ist das? Weiß ich nicht. Der Rätst. Gefühlt liegt da nur einer. Waren Sheriffs dabei? Unser Sheriffs. Unter den 2 ab dem Fleck. Die looten beide. Ich hab Geier. Das ist der Schiff. Okay. Ich hab's ja klutet. Ich hab die Geier dabei.